Das iPhone SE ist da. April, April. Das ist natürlich nicht das iPhone SE, das war das iPhone 5S. Das ist das iPhone SE, das in der Redaktion eingetroffen ist. Warum das viel mehr gemeinsam hat mit dem iPhone 6S als mit dem iPhone 5S, das erkläre ich euch jetzt. Hi, hier ist Felix von Curved und ich halte jetzt in meinen Händen das iPhone SE. Das ist ein 4 Zoll iPhone, ein 4 Zoll Smartphone im Jahr 2016. Das ist eigentlich komplett irre und das kann sich auch wirklich nur Apple erlauben. Warum? Es gibt einen ganz einfachen Grund, weil viele, viele iPhones, die verkauft wurden auch noch im letzten Jahr, das hat Apple auf der Keynote erklärt, waren noch iPhone 5S bzw. 4 Zoll Geräte. 30 Millionen verkaufte iPhones im letzten Jahr waren iPhone 5S bzw. 4 Zoll iPhones. Und deswegen, das ist der Grund, gibt es das iPhone SE. Das unterscheidet sich in einigen Punkten natürlich vom aktuellen Modell aus dem September, dem iPhone 6S, hat aber auch viele Gemeinsamkeiten. Deswegen, eigentlich hat es sehr viel mehr gemeinsam mit diesem großen iPhone als mit dem alten optischen Vorgänger. Und was genau, das gucken wir uns jetzt mal im Mitteil an. Hier haben wir jetzt nochmal alle Geräte liegen. Das 5S, das 6er, das 6S, was ich permanent in Benutzung habe und das iPhone SE. Warum liegt das 6er noch hier? Ich werde das gleich weglegen. Das liegt deswegen hier, weil es eigentlich hieß, dass das SE, wenn es dann rauskommen sollte, also bevor überhaupt klar war, dass es rauskommen soll, hieß es, das soll dann doch viel vom Vorgängermodell oder Vorvorgängermodell übernehmen. Dem ist aber nicht so. Deswegen kommt das weg. Das Einzige, was es vom 5S übernommen hat, also dem alten 4 Zoll Gerät, ist das Gehäuse. Das heißt, von der Seite schaut es gleich aus. In dem Fall hier der Stummschalter, die Lautstärke-Buttons. Auf der Unterseite der Mono-Speaker, Lightning-Anschluss und Kopfhörer. Auf der Seite der SIM-Karteneinschub. Auf der Oberseite der Power-Schalter. Auf der Rückseite Kamera und Blitz. Auf der Vorderseite, wie gesagt, das 4 Zoll-Display. Das hat Apple übernommen beim SE. Ansonsten ist es eigentlich ein kleines 6S. Das fängt schon mal bei der verbauten Hardware an. Wir haben hier in beiden Modellen den A9-Chipsatz drin. Also den aktuellen Top-Chipsatz, den Apple in seinen Smartphones verbaut. Der hat zur Seite gestellt diesen M9-Coprozessor. Das heißt, HeySiri funktioniert genauso gut. Das heißt, es krägt irgendwo und es erkennt, wenn ihr HeySiri sagen würdet, ich habe das jetzt ausgeschaltet, sonst würde das permanent angehen. Erkennt dann also eure Stimme und lässt sich dann per Sprache bedienen. Die Benchmarks zeigen auch, es ist ungefähr genauso schnell. Teilweise in den Benchmarks ist das SE sogar noch ein bisschen schneller. Warum ist das so? Die Displays sind natürlich unterschiedlich groß. Hier haben wir 4,7 Zoll, hier haben wir 4 Zoll. Allerdings, und auch die Pixeldicht ist gleich. Allerdings braucht es natürlich hier mehr Daten, die an mehr Pixel geschickt werden. Das heißt, letzten Endes muss dieser A9-Chipsatz mit den 2 GB RAM, die ihm zur Seite stehen, mehr Arbeit leisten. Und beim SE braucht es einfach weniger Daten. Also es müssen im gleichen Zeitraum weniger Daten auf das Display geschickt werden. Das bedeutet wiederum, es sind generell mehr Ressourcen da für Renderings und generell für Rechenprozesse. Das bedeutet rein rechnerisch, dass natürlich auch mehr Power unter der Haube ist, was auf dem Datenblatt nicht so ausschaut, was sich auch in der Praxis überhaupt nicht bemerkbar macht. Aber auch da gilt einfach in dem Fall, die Geräte sind beide, was die Rechenleistung angeht, total auf dem Stand der Zeit. Was noch beide Geräte gemeinsam haben, auch wenn es nicht so ausschaut, ist die Kamera. Und da freue ich mich, muss ich sagen, dass das iPhone SE natürlich nicht nur kleiner, sondern auch dicker ist. Aber dieser Kamerabuckel, der dafür sorgt, dass das iPhone 6S nach wie vor so kippelig ist, der entfällt. Das heißt, das iPhone SE liegt total plan auf. Es ist aber dieselbe Kamera verbaut mit 12 Megapixeln, mit diesem True Tone Flash. Und auch, weil natürlich der A9-Chipsatz wie im Großen verbaut ist, der Möglichkeit 4K-Videos aufzunehmen. Allerdings, und das ist der Unterschied, die Frontkamera ist jetzt nicht so selfie-tauglich. Hier waren es beim iPhone 6S 5 Megapixel. Hier sind es jetzt nur noch 1,2 Megapixel und dafür starte ich mal die Kamera und switche mal. Dann seht ihr auch mal, was so hinter mir passiert. Und zwar sehen wir da Sebastian. Wie gesagt, bei dem kleineren Display fällt das zunächst nicht auf, aber alles in allem ist die Bildqualität. Wenn man sich das abspeichert und anschaut, natürlich beim iPhone 6S besser als beim iPhone SE. Das ist einfach noch Stand der Technik, zumindest was die Selfie-Kamera angeht, von diesem Modell. Das ist ein bisschen schade. Da hat man sich wohl gesagt, okay, um da unter einer bestimmten Preisgrenze zu bleiben, müssen wir das einfach kicken, dieses Feature. Was Apple auch gekickt hat oder beziehungsweise nicht verbaut hat, weil es eben nicht das Ober-Top-Flaggschiff ist. In dem Fall kann das Display auch nicht 3D-Touch. Das heißt, es ist auch letzten Endes, hat iFixit gezeigt, die haben es zerlegt, kann das SE auch getauscht werden mit einem iPhone 5S-Display. Okay, ihr könnt aber trotzdem auch Live-Fotos aufnehmen. Ihr spielt hier aber in dem Fall nicht ab, dadurch, dass ihr dann länger auf ein Bild drückt, sondern dass ihr fester, sorry, nicht fester auf ein Bild drückt. So funktioniert es bei 3D-Touch, sondern dadurch, dass ihr länger auf ein Bild drückt. Wer das mag, ich nutze Live-Fotos persönlich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich mache entweder Videos oder schieße Fotos. Der wird sich daran gewöhnen können. Mein vorläufiges Fazit, da das ja wirklich nur ein erstes Hands-On ist, um euch einen Eindruck zu vermitteln. Ich bin froh, dass das iPhone SE da ist, weil ich schon immer fand, dass das Design, das Apple mit dem iPhone 5 und dem iPhone 5S eingeführt hat, einfach ein zeitloses, schickes Design war. Zweifelsohne das 6er und das 6S, das sind auch sehr schöne Smartphones. Mir hat aber persönlich immer das kleine Modell besser gefallen und ich wünsche mir immer, das wird auch jetzt nicht so kommen, dass mit dem iPhone 7 sich die beiden so ein bisschen annähern. Dass das hier ein bisschen dünner wird und ein bisschen größer wird und sich mehr an das anpasst, dass aber zum Beispiel der Kamerabuckel endlich verschwindet, so wie es hier beim SE der Fall ist. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Abgesehen davon ist das Gerät, das iPhone SE ja nicht nur ein Smartphone für die, die noch nicht umsteigen wollten auf ein größeres iPhone, sondern es ist vor allem auch ein Einsteigergerät. Also für Leute, die vorher noch gar nichts mit der Apple-Welt zu tun hatten. Und da ist Apple bisher immer die Strategie gefahren, ältere Modelle im Sortiment zu behalten und die günstiger zu machen. Der Nachteil, das sagt auch Apple, dann hat man eben, wenn man da was kauft, alte Hardware. Was haben wir hier im iPhone SE? Da haben wir fast komplett topaktuelle Hardware, die auch im iPhone 6S verbaut ist. Letzten Endes ist das ein kleines iPhone 6S mit ein paar Einbußen. Die Kamera ist identisch, der Chipsatz ist identisch, die Leistung ist identisch. Natürlich ist das Display kleiner, natürlich kann das kleine Display dann auch nicht 3D-Touch. Und das Touch-ID ist minimal langsamer, aber das fällt ehrlich gesagt überhaupt nicht auf. Ansonsten ist das ein sehr, sehr aktuelles Smartphone, eigentlich auf dem Stand der Technik. Allerdings ist es, und das ist auch ganz, ganz wichtig in dem Fall, viel günstiger als das iPhone 6S. Das iPhone SE kostet zum Beispiel in der kleinen Variante mit 16 GB leider nicht die 399 Dollar umgerechneten Euro. Die ist in den USA kostet, sondern hier zahlen wir 489 Euro für die 16 GB Variante. Für die 64 GB Variante zahlen wir 589 Euro. Und das iPhone 6S, da muss ich auch nochmal kurz schauen, wie die Preise aktuell sind, kostet in der 16 GB Variante 744 Euro. In der 64 GB Variante 854 Euro und die 128 GB Variante, die gibt es natürlich im Einsteckermodell nicht, kostet dann 964 Euro, also fast 1000 Euro. Das heißt, es ist, kann man jetzt finden, wie man will, das günstigste iPhone aller Zeiten. Selbst das iPhone 5C, damals ja parallel zum iPhone 5S rausgebracht, war teurer, das kostete damals 599 Euro und war auch damals nicht Stand der Technik. Das heißt, wir haben hier das kleinste, schnellste und günstigste iPhone, was es jemals gab. Das klingt jetzt erstmal nach Apple Werbesprech, aber das sind einfach die Fakten. Wie sich das Gerät jetzt im Alltag schlägt, ob das auch so ist, dass die weniger Pixel, die befeuert werden müssen, dafür sorgen, dass das Gerät insgesamt auch weniger Strom verbraucht, weil es generell weniger Rechenpower benötigt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil Akku und Apple, das ist immer so ein Thema, gerade bei den iPhones. Das heißt, hier verspricht man sich 50% mehr Akkulaufzeit. Das wird natürlich erst ausführliche Tests sein können. Ansonsten freue ich mich erstmal, dass es das iPhone SE gibt und freue mich auf den Test. Was ihr davon haltet, das würde mich sehr interessieren. Deswegen teilt mir gerne eure Meinung mit in den Kommentaren. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann bald wieder auf Curve.de.